Bevor ich nun also aufbreche zum Glockmark Trail 2024, habt ihr mir da draußen noch einen ordentlichen Motivationsschub mitgegeben. 900 Abonnenten. Ich verneige mich. Recht herzlichen Dank an alle Neuen in der Community, die mir Vertrauen schenken und natürlich genauso recht herzlichen Dank an alle, die seit jeher dabei sind und mir die Treue halten. Ich hoffe, dass wir gemeinsam noch sehr viel erleben werden und hoffe, dass wir uns auch schon sehr bald wieder sehen, wenn ich wieder unterwegs bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann vielen Dank, danke, danke, danke und ciao.